Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play ich werde halt wieder von vorne anfangen da die alten weiß nicht wo ich stehen geblieben will und bin will stehen geblieben will ne stehen geblieben bin und ähm weiß auch nicht was ja was ich jetzt noch machen soll deswegen ich mache von vorne dann weiß ich auch was ich machen soll und machen werde überhaupt ja äh und jetzt wollen wir gleich mal anfangen neu zu sammeln muss ja sein heute muss sein und kann man nicht anfangen ähm ja Tipps, Tricks und so können würde ich mich super drüber freuen wenn ihr mir das gibt ich werde auf dem Channel auch ähm gleichzeitig Dingens machen ich werde mal äh Vollmodus so ähm so Entschuldigung ich weiß nicht wo ich stinkblieben bin achja ihr könnt mir Tricks Tipps geben äh was man besser machen kann was ich bauen soll also was halt und das einfach unten in die Beschreibung oder nicht in die Beschreibung entschuldigung unten in die Kommentare in die Kommentare schreiben ja und ich werde ihn jetzt mal durchlesen und mal gucken was ich da achte ja äh genau also Themen habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ähm den ganz hier überlegt da ich jetzt einfach ganz spontan gesagt habe gut Lass mich jetzt mal ein bisschen was drehen für euch Nein 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 cool das steht drauf äh immer Holz ist immer noch gut anfangen so was will ich hier eigentlich noch bauen ganz ehrlich äh doch doch ich weiß es ja ich will anfangen stattführen wie groß am liebsten ähm sehr groß äh ja mal sehen und ihr könnt dann halt ein bisschen Tipps mir geben aber wie das soll oder auch nicht verdammt ja verdammt ja und dann ähm werde ich einfach mal bauen ja gut jetzt wird es schwierig da ich keine Themen vorbereitet habe äh ich werde einfach mal anfangen zu bauen ähm ähm Daumen nach oben würde mich freuen und Tipps Tricks all sowas eben auch äh ja da das kleinste Essen aber jetzt auch ja wir spielen mit tief mit dem normalen 6-5-pack ist aber auch nicht so schlimm also für dich äh oder ne doch nicht Entschuldigung ne ich spiel nicht mit dem normalen aber nicht nicht ganz dem normalen aber so gut wie da habe ich was die ziemlich genau so aussieht ah das kann gut sein dass hier so Friedenspiele dann wollte ich bestimmt nicht recht naja ich hab recht ich hab recht ich hab recht ne ich mach doch doch machen wir jetzt einfach mal ähm einfach und dann wollen wir mal gleich ein Hütchen eine Hütte bauen und dann warte naja warte Entschuldigung so dass ich es grad nicht sage aber auf jeden Fall jetzt auch noch ähm ähm scheiße was würd ich jetzt sagen genau ähm Schwerter werden wir auch wissen um 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 die 16er zack schalte na gut m wird 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 äh da hin zack 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 schwind 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 das haben ja ich hab ja jetzt ja komplett angefangen so schwind ein 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 ja wir könnten ja auch wenn ihr wollt ein 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 verdammt der ich weiß ich ein ja auch links in die beschreibung legen für ähm neue Texturmpack die ich ausprobieren benutzen kann ja dann wollen wir jetzt mal anfangen bisschen Hals sammeln wir da hin ach ja und Stein ah genau das wollt ihr noch machen ja 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 so Spitzwerk damit ich äh ja besseres Werkzeug machen kann und damit ich Kohle oder sowas halt paar Rohstoffe sammeln kann so ja Entschuldigung das ist jetzt nicht viel sage ich bin jetzt gerade nicht vorbereitet also jetzt halt schon gesagt spontan aufgenommen so so wie viele haben okay dann können äh er hat so 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 ja spielzeckig kommt gleich dann auch die Bomber auf und dann und und die Spitzecke er die 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 gehen mehr da ich hier da oben, Yeshie, Ohoho kann man schon mal geben Steinbremel, Yeah noch schon mal, äh Woohoo ah ja, genau, auf dem Kanal, das wird genau so fötchen auf dem Kanal macht jetzt nicht nur Let's Play sondern auch normal Videos das Problem die Ideen bekommen okay wird mit mir ich weiß wird nicht reichen aber nein nein ja ja nein wir machen heute wir machen so da machen wir da mal das rein jo dann wollen wir einfach mal da gehen ich hoffe es hat euch gefallen und jo dann sagen wir mal einfach mal so bis demnächst spontan welche da ich jetzt ja nicht gerade so wie den habe dann wird es eine schwierigkeit wenn man keine idee hat aber aber jetzt dafür kommen jetzt mal ich habe schon welche mal gemacht aber ja jetzt nicht so gerade der ja ich will einfach mal neu anfangen ja ja wie viel oh 45 das ist schon gut ja so haben und jetzt so dann würden wir mal hier weiter die wichtigste Grundlage Holz Sammeln 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 dann können gleich so so naja kann sein Ton gerade jetzt nicht so perfekt ist aber ich ja ich hab noch nicht so was und aber ich hoffe dass ich mir irgendwann mal kaufen kann naja ich bin nackt das ist ein gleiches Mund gekriegt hoffentlich kann ich nennen hoffentlich sind da keine Änderungen ähhhhh weil darauf hab ich kein naja wer wer hat das schon hat ne naja n das n oder n n n n n n n n n Mit wir dann gegen die Monster schon antreten können Ihr wollt bestimmt auch Ja, ich hab recht Wussties So Dann wollen wir jetzt mal auf Monsterjagd gehen So Da Ich hab auch, wir haben Kuchen, ist da weit schlafen oder was? Ich mein, ich hab auch einfach Es mein, ich schenke Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Auf Wiedersehen.